Mhhh... Hm. Mh, 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 mh. D-d-d-d-d-d... Ja, ja... Mh! Oh, fuck! Puh. Puh. Ich sollte aufhören, so schlecht zu spielen. Okay. Ooooooh! Das ist nicht schwer. Einfach mal konzentrieren. Vielleicht sollte ich doch lieber lernen. Hehe. Freitag schreibe ich ne Klausur. Im... Zivilrecht. Wird... Relativ... Ja... Schwer. Hehe. Naja, mal schauen. Okay. Okay, go, 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 go. Ja, 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 kom, 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 kom. Ja, sauber, sauber. Und das ist jetzt sehr gut hier. Also... Der Bosu ist... opt dåсе. es war nicht mit meiner Hand, dass ich wieder einmal Blut geben habe. Ich wurde hier von Menschen gebetet, die mir lieben, die mir tritteln. Trittet? TREBUTE? 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 Wenn man dem Glas nicht ausweicht, dann ist man im Arsch. Havachu! Ach, der ist cool. Ja, 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 ja. Diese Teile verfolgen einen. Das ist ein Mond. Er hat wirklich so viel Kraft, dass er einen Mond abschießen kann. Puh! Und natürlich die tödlichen Äpfel. Ja, 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 ja. Ei! Oh, ne, komm! Die Teile kann man nicht zerstören. Die muss man immer an die Seite ballern. Oh! Puh! Das war knapp. Das war knapp. Oh, Backe! Oh, war das knapp! Haha! Vielleicht schalte ich's vom ersten Mal. Das wär's, ey. Das wär's. Nein! Diese Attacke ist so mies! Wow! Hahaha! Geschafft! Komm schon, komm schon! Oh! Nicht dieser Mond! Oh, dieser Bastard! Ah, das ist ne gute Attacke! Das ist ne gute Attacke! Ah! Ich hätte ihn ja abschießen können! So ein verdammter Deck! Ja, sauber! 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 Immer weiter damit! Okay, das könnte jetzt knapp werden! Und ich merke grad... Nein! Das ist mies! Das ist mies! Das ist mies! Das ist mies! Das war knapp! Das war wirklich sehr, sehr knapp! Oh fuck! Oh fuck! Oh ne! Ne! Ah! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Jetzt hab ich echt ein bisschen Schwein! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Die Teile kommen näher! Die Teile kommen näher! Die Teile kommen näher! Die Teile kommen näher! Ich muss in die Mitte! Ich muss in die Mitte! Ja, sauber, sauber, sauber! Komm! Ja, ich hab's geschafft beim ersten Mal! Und das ist ein Waddle-Doo aus Curl's Dreamland. Zack. Ich hab's beim ersten Mal geschafft. Ach, das gibt eine echt gute Laune. Wie geil, wie geil. Ich bin echt suprim. Ja, 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 ja. Ich versuch's auf die schwierige Tour. Eigentlich kann man... Na gut, komm. Ich versuch's noch dreimal. No, das war knapp. Na komm, dann auf die einfache Tour. Ich bin wieder am Anfang, falls ihr's gemerkt habt. Ach, war das grad gut gegen Dracula. Oh, echt, ich hab den noch nie beim ersten Mal geschafft. Woops. Hier darf ich einfach nichts vergessen. Ja, das weiß ich auch noch. Danke. Okay, hier kann man sich immer wieder zurück zum anderen Level teleportieren lassen. Und, ähm, ouch. Vergessen. Ich hab grad noch gesagt, man darf hier nix vergessen. Und trotzdem mach ich's. Oh. Okay, okay. Das war schlecht. Sozusagen doppelt vergessen. So. Ach. Ich komm immer noch nicht drüber weg. Oh. Beim ersten Mal hab ich ihn geschafft, ey. Ich glaub's nicht. Ich hoffe, er hat's aufgenommen. Ja. Danke. Und weiter geht's. Nein. Wie doof kann man sein. Wie doof kann man sein. Ich bin jetzt ein bisschen aufgezählt. Ah. Beim ersten Mal, ich glaub's nicht. Ah. Und ich bin noch drauf gesprungen. Ja, vergessen. Ja. Okay, jetzt. Konzentration. Das war super, super schlecht. Ach. Ey. Beim ersten Mal. Hahaha. Hahaha. Beim ersten Mal. Hahaha. Wow. Hier muss man sich einfach nur die Reihenfolge merken. Aber die weiß ich noch zu gut. Wow. Man muss dann rechts oben durch den Schlitz da. Dann kann man weiter. mhm, 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 mhm. Ja. Nicht schwer. Nicht schwer, wenn man die Reihenfolge weiß. Und das ist die Musik aus Curves Dreamland auf dem Gameboy. Klassiker. mhm, 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 mhm Okay, los geht's. Okay, weiter, 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 weiter. Komm. Ja, sieht einfach aus, ist es aber nicht. Wenn man zum Beispiel so hängen bleibt wie ich gerade. Aber gemeistert. Ist das so fucking Äpfel hier noch? Nein! Ich hab's was geschafft.